Eine renovierungsbedürftige 4-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Wuppertal-Oberbarmen. Das im Jahr 1900 erbaute Haus verfügt über 4 Etagen. Die Wohnung befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gas-Etagen-Heizung beheizt. Das Objekt verfügt über 4 Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Keller. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 96 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 557 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.